Hallo und herzlich Willkommen zu einer Folge Minekraft. Was das genau für eine Minekraft ist, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar, soll ich mir erst was essen? Ich spiele hier, das ist ein Server, den host sich über Hamachi für mich und Malte. Also Malte von SpeaksFX, Link ist in der Videobeschreibung, Designkanal, sehr cool, guckt vorbei. Und, ähm, ja und wir, sagen wir mal so, wir spielen hier eigentlich aus Langeweile. Oder wenn wir Bock haben, normalen Abends, gestern haben wir zum Beispiel, glaube ich, 3 Stunden am Stück hier verbracht. Und so, und es ist jetzt zwar schon einiges passiert, aber ich habe mir gestern dazu entschlossen, hier einfach mal was aufzunehmen auch. Und zwar immer so Updates, immer wenn wir abends spielen, werde ich mich morgens hinsetzen und, äh, aufnehmen, was wir so erreicht haben. Und, ähm, vielleicht überlegst du mich das auch mal, oder nehmen einfach mal zwischendurch, auch wenn wir irgendwas Lustiges machen. So, das zeige ich euch jetzt erstmal hier so drin ein bisschen was. Das ist die Verzauberungsecke, die ist auch gestern fertig geworden. Kann man hier, so kann man ja Level 30 verzaubern. So, Level 1. Ganz simpel. Ich habe übrigens so ein 3D-Textlefekt drin von 1.8 hier. Das ist alles 1.8, ja. Mit Optifine schon. Finde ich ganz cool, dass das da schon drin ist. Hier ist ein sortiertes Lager, was bis jetzt auch sortiert geblieben ist. Also bis jetzt halten wir uns noch dran, das ist immer so eine Sache. Ähm, wie lange man sich denn sowas hält. Weil ich zum Beispiel kann schon so einen sortieren, dass ich, äh, oh halt, dass ich nicht mal mehr gucken muss unbedingt. So, dann, der, das hier habe ich, war ich farben, da habe ich eine Mine gefunden. Da habe ich das hier einfach mal spontan hier reingebaut. Nichts Besonderes. Ne? Ja. Dann ist das hier ein ziemlich großer Raum, der noch nicht genutzt wird. Also wir befinden uns im Haupthaus. Was aber noch umgebaut wird. Hier ist momentan das Schlafzimmer, habe ich so ein bisschen so Schrank und sowas so ein bisschen reingemacht, dass es nicht so ganz leer aussieht. Ähm, dann geht es hier schon einmal hoch. Die Treppen weiß ich auch nicht so, ob ich die lasse. Das Coole in 1.8 sind diese ganzen neuen Materialien. Die Fackeln sehen natürlich wegen der Texture-Pack anders aus. Diese Sachen hier und dass es Säulen in der verschiedenen Farben gibt und Türen. Und deswegen haben wir gedacht, dass es mal wieder ganz cool wäre, wenn wir mal wieder ein bisschen was bauen, wenn schon so viel verändert wurde. Hier ist jetzt so eine kleine Terrasse. Die jetzt, äh, die war vorher einfach nur angreißend von Gras. Und jetzt ist hier, äh, so ein kleiner Fluss, äh, dran. Und mit, äh, Zuckerrohr davor, so ein bisschen asiatisch angehaucht. Und ja, dann, gehen wir noch nach oben. Hier ist halt mega, mega viel Platz, den wir noch nicht zu nutzen wissen. Wir haben noch keinen Plan, was wir hier machen. Hier ist sicher, hier kommt noch so eine Galerie rundherum. Dafür sind die Fenster hier oben auch noch da. Ja, es ist ziemlich großes Haus geworden. Ich weiß wirklich genau, was wir damit alles machen. Hier sind Tiere, das sind so Standardsachen, die kennt man ja, die man so braucht. Ja, das, äh, wird sich nach und nach ergeben. Im Moment sind wir gerade erst mal dabei, so ein bisschen Gartenarbeit, sag ich mal, zu machen. Ähm, hier geht's nach hinten raus, das sind die Tiere. Hier war unsere Anfangshütte, die aber schon weg ist. Da hinten ist auch Zuckerrohr angebaut. Ähm, jetzt gehen wir mal nach vorne raus und dann zeige ich euch mal das Haus. Wir haben hier schon mal eine Aufnahme drauf gehabt auf dem Server. Und zwar, es war diese erste 60 FPS Aufnahme. Und ich nehme jetzt auch gerade wieder 60 FPS auf und hoffe, ich habe jetzt die Kondierung hochgestellt und ein bisschen was umgestellt. Ich hoffe, dass es jetzt noch ein bisschen besser aussieht. So, jetzt kommt man hier raus. Ähm, und das ist das Haus. Sieht relativ modern aus, wenn nicht. Soll aber auch so sein. Also, ne, so willenmäßig so ein bisschen. Hier vorne ist ein Feld. Äh, Feld kennt man, ne? Da brauchen wir nicht viel erklären. Weizen und Melon. Und, ja. Und jetzt sind wir hier gerade im Vorgarten. Und zwar müsst ihr euch so vorstellen. Das wird ein riesen Grundstück hier. Mit so vier Bereichen. Also, hier kommt so ein Ausgang hin. Mit dem Tor. Oh, falsche Taste. So mit dem Tor. Hier soll eine Kapelle hinkommen. Ja, da ist das Haus. Da hinten soll, äh, es soll jetzt weiter noch in den Garten gehen. Nochmal dann raus. Aus dem Grundstück. Und da kommt dann ein Stall hin, für die Tiere. Und, ja. Und das Ganze wird von einer Mauer umfasst. Da sieht das hier so richtig aus, wie so ein Anwesen. Und das ist so das Ziel. Und wir wollen uns relativ viel Zeit verlassen. Und das sehr ordentlich machen. Wir haben sogar diesen Baum hier. Der ist, den habe ich gestern gebaut. Der ist eigentlich als Kugel geworden, finde ich. Hier steht auch was. Magurunaisa. Das heißt, irgendwas hat Malte hingepackt. Das ist, glaube ich, irgendwie asiatisch. Kein Plan. Hat er aus einem, äh, Anime. Und, ja. So sieht das im Moment aus. Und ich hoffe, das wird jetzt richtig geil. Gestern haben wir dann noch diese Brücken gebaut. Da haben wir erstmal ewig gebraucht, um das richtige Design zu finden, sage ich mal. Weil so ist es, glaube ich, ganz cool geworden. Dann haben wir, ja, das hier erstmal alles gerade gemacht. Hier vorne so ziemlich. Ja, nicht komplett. Hier ist ja noch ein Bergchen. Ja. So, wie gesagt, hier vorne. Na, was essen. Hier vorne ist dann nochmal Weg. Da kommt dann nichts mehr recht zu vergärten und Sachen hin. Und dann ist hier, denke ich mal, irgendwo ein Tor. Und dann geht die Mauer nach da, ganz rum. Und bis hier wieder. Die Mauer wird auch nochmal ein großes Projekt. Und ich versuche halt auch, diese neuen Materialien, hier, wie den Boden und sowas, den Weg hier mit einzubinden. Ein bisschen mit den Zäunen zu arbeiten, mit den verschiedenen Farben. Ja, und das, finde ich, gelingt doch eigentlich ganz gut bis jetzt. Und ich denke mal, es wird relativ cool. Wie gesagt, ich will gucken, wie viel ich hier von aufnehme. Ich habe auch jetzt noch... Ich nehme jetzt da jetzt auch einfach auf Verdacht auf. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen werde. Wahrscheinlich einfach... Na, keine Ahnung. Irgendwie Minecraft... Langeweile... Craft... Langeweile... Craft... Keine Ahnung. Ja. Im Moment ist natürlich noch nicht so viel zu zeigen. Aber ich finde, es ist schon cool. Es ist natürlich doof, dass ich jetzt das erste Mal gerade das aufnehme und wir schon... Also nicht drei, vier... Warte ich, wie viel Zeit habe ich hier? Ja, ich habe schon... Ne? Zwölf Stunden quasi hier drauf verbracht. Und... Ja... Ich habe halt jetzt erst angefangen, da aufzunehmen, weil mir die Idee gestern gekommen ist, dass ich das ja eigentlich machen könnte. Weil mir sowieso so ein bisschen so ein Minecraft-Projekt fehlt im Moment. Irgendwas Laufendes. Und... Ja... Deswegen gibt es jetzt das hier erst mal ab und zu. TTT gibt es natürlich auch noch richtig viel. Da habe ich ja jetzt auch ein 60 FPS aufgenommen. Und... Ja, jetzt natürlich... Die Kodierung war noch falsch. Deswegen ist die Qualität von den... Ähm... TTT-Folgen nicht so geil. Aber dann arbeite ich. Ich hoffe, dass es hier jetzt schon besser auch. Und ja... I hope it will be good. Cool and great. Yes. Mein Englisch is very good. Ah... So. Hier sind jetzt noch Kartoffels. Ja, da kommt auch so ein Gemüsegarten hin und sowas. Also... Ja, das ist mit so einem Kiesgarten und so. Also ich glaube, es wird cool. Ich hoffe, das klappt auch so. Das Spiel ist nicht so mega regelmäßig. Also ich schon einigermaßen. Aber Malte halt nicht. Der designt halt auch viel im Moment. Der stört sich ja ziemlich viel auf Projekte. Was ja cool ist... Oh, ne neue Optifine-Maison ist... Aha. Wollen wir mal morgen Optifine neu reinmachen. Hallo, Leute. Happy, happy. Da hat der Malte gestern einfach mal fast alle Kühe abgeschlachtet. Sollen wir mal dafür sorgen, dass jemand neuer herankommt. Oh. Ist einer auf dem Weg verreckt. Ja. Also schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet. Schreibt mir in die Kommentare, wie es bis jetzt auch ist. Und sonst gibt es jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen. Das nehmen wir mal hier hin. Ja. Es gibt... Was ist die nächste... Ich erzähl mal, was wir jetzt als nächstes so vorhaben. Und zwar denke ich mal, dass wir... Das ist ein Kreis hier nämlich noch vervollständig. Da müssen wir noch diese hohen Blumen für sammeln. Weil die einmal so außen rum sollen. Und... Dann... Ja. Denke ich mal, geht es in diese Richtung. Und irgendwann müssen wir nochmal in die Mauer. Aber du machst mir jetzt nichts hier kaputt. Nicht Pfeile? Nö. Schön im Wasser bleiben. Dann machst du nämlich nichts kaputt. Und äh... Ja. Das wird, glaube ich, ganz cool. Wir kümmern uns, wie gesagt, erstmal um den Garten. Dann mache ich noch ein bisschen in der Inrichtung zwischendurch. Ja. Schweine. Da müssen wir uns noch ein Design für die Mauer überlegen. Ja. Das Haus, muss ich sagen, habe ich ziemlich alleine gebaut. Eigentlich komplett alleine. Weil ich da irgendwie mal einen Abend Langeweile hatte. Und habe dann das Haus da hingeklatscht. Und... Da kam Malte irgendwann auf den Server. Und er war schon fertig. War natürlich lustig. Ja. Ich denke... Das sollte es jetzt auch gewesen sein. Ich will jetzt hier gar nicht so viel labern. Äh... 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 Was auch immer. Ähm, ja. Leute. Haut da rein. Ähm... Wir haben auch vor, vielleicht hier so einen kleinen... Minekraft-Film hier drauf zu machen. Dann, wenn das fertig ist, so eine Art MTV Crips mäßig. Das wissen wir aber noch nicht. Mal gucken, was uns noch so einfällt. Vielleicht holen wir auch noch mal einen dabei. Und nehmen wir vielleicht sogar eine Folge auf hier drauf. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Also, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und... Ciao. Ciao. Ciao.